Musik Ich werde es im Anschluss dann machen, vorher hat ein Enkel von unserem Papa eine Überraschung vorbereitet. Der älteste Englisch. Wer ist der älteste Englisch? Der Alphi. Wir haben es hier heimgehalten bis zum Schluss. Der Alphi spielt normalerweise. Er ist ein super Bassist, hat eine eigene Band, hat eine neue CD aufgenommen, die bereitet sich auf ihren Auftritt perfekt vor. Vollklass. Gitarre. Musik 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 Applaus 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 Mich freizt Narisch, also der Alfie ist ist ein ist für mich ein Vollblutmusiker der wirklich, der lebt für die Musik. Ich hab noch nie mit ihm musizieren dürfen Ja, außer als Richter, praktisch das Leben Ja, aber gemeinsam haben wir nie gespürt und jetzt, ähm, war das wirklich ein schöner Anlass, dass wir gesagt haben okay, tun wir was dann hab ich den Alfie immer fragen müssen mit welchem deiner Instrumente ihr möchtest du spülen? Der Bass wär mir am liebsten gewesen Also er ist Bassist er gelernter Bassist Also zu deinen Ehren spüren wir Let's Walk Musik Ich hab noch nie Das war's. 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 Happy birthday to you. 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 Untertitelung des ZDF, 2020